Hey Felix, mein Lieber, ich danke dir vom ganzen Herzen für diese unglaublich nette Nachricht. Ehrlich, ich bin gerade ein bisschen berührt und du hast mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Danke für diese Worte. Ich habe zu danken eigentlich, dass du mich seit Tag 1 hast, supportest. Wirklich feiere ich unnormal ohne euch. Würde mir das Ganze auch gar nicht so viel Spaß machen. Also von dem her ganz, ganz großes Dankeschön von mir auch. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, deiner Familie geht es gut. Und die sind gesund. In diesen Corona-Zeiten wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute der Welt. Lass dich nicht ärgern. Halt die Ohren steif. Mach das Beste draus. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Dann können wir uns, wenn es Corona zulässt, natürlich entspannt einen Kaffee trinken. Geht dann auf meinen Nacken. Und ja, dann bis dahin. Schöne Grüße. Mach's gut. Und man sieht sich, hoffe ich. Ciao, ciao. Ciao.